Recycled Polyester kann vieles bedeuten und vieles enthalten. Zum Beispiel Plastik von unseren Stränden oder aus unseren Weltmeeren oder PET-Flaschen. IRED Daily hat beschlossen, recyceltes Polyester aus Abfallprodukten der Textilindustrie sowie Altkleidern herzustellen. Dies hat den Vorteil, dass die Qualität des Materials viel besser ist und das Material in der Textilindustrie immer wieder recycelt werden kann. Das sogenannte Cradle-to-Cradle-Prinzip.